Und, und, oh, warte, na, 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 komm ich vorbei oder nicht, jetzt kommt gleich der Bremsvorgang schon. Verbremst! Willkommen zum Santander V-Lions-Konfrey von Italien 2012, willkommen in Sturzio. Italia, Italia, auch Mensch, eine schöne Pizza, was hab ich jetzt gemacht? Äh, nee, keine schöne Pizza, sondern ein richtig schöner Cappuccino, darauf trinke ich erstmal einen Schluck, ja. Ja, den hab ich mir jetzt noch schön vor der Aufgabe gemacht, damit wir doch schon schön Cappuccino-isch die Piste rocken können. Hast du richtig auf, auf, äh, auf Italien ein bisschen eingestimmt, ne? Um dir einen unfairen Vorteil zu verschaffen, jetzt merke ich das, hätte ich's auch mal machen sollen. Trinkt man da Cappuccino? Ist das kein italienisches Wort, so? Ja, doch, oder? Cappuccino? Also jetzt, jetzt irritierst du mich, ich dachte, klar, das ist italienisch, aber dass du jetzt so sagst, hm? Ja, Cappuccino, ist das italienisch? Also ich denk mal schon, oder? Also was denn sonst, bitte? Ja, genau, was denn sonst? Also ich meine, Spanisch hört sich anders an. Das wär doch das einzige Name, weil italienisch und spanisch hören sich manchmal, obwohl, Spanisch ist glaube ich da. Zwei nach rechts auf jeden Fall. Zwei nach rechts? Ja, oder drei. Ich mach zwei. Nein, ich mach auch zwei. Alles klar. Gut, äh, schreib's in die Kommentare. Ich bin ja des italienischen nicht mächtig, aber es hört sich auf alle Fälle so an. Eben. Mal schauen, ob das Koffein eine gute Wirkung auf dich hat, oder ob... Nee, nee, ist ganz flicht krüger. Ganz schlecht wahrscheinlich, ne? Ja, vier Prozent Kaffee. Oh Gott, und ich merk, ich merk, ich hab dich gar nicht leiser gestellt. Das muss ich gleich direkt korrigieren, sobald wir Qualifyen runter haben. Das heißt, im Qualifyen... Nein! Im Qualifyen wird man Sturzio nicht so gut verstehen. Nein! Nein! Was hast du getan? Nein! Nein, nein, das gibt es doch nicht. Was? Die Bremsen waren irgendwie ganz anders als in meinen Übungen. Ich bin erstmal voll querfeldein darüber und hab ne Verwarnung gekriegt. Aber ich hab wirklich die Bremsen... Dann bist du letzter Sturzio. Boah, schon wieder ganz anders. Ja, wirklich, in meinen Übungen, da konnte ich viel, viel schneller bremsen. Was ist das denn? Oh Gott, gar nicht gut. Wahrscheinlich hat das was damit zu tun mit dem Setup, ja. Das kann sein, oder? Nee, wahrscheinlich hat das was damit zu tun, dass du jetzt DRS hattest und wenn du das im... Ohne DRS musst du deutlich später erst bremsen. Ach, nee, also, nee, na doch, vielleicht schon, aber, Mann, das gibt's doch nicht, ey. Ich glaub, man krieg ich auch schon mehr so einen Hals, ey. Und an meine Zuschauer wegen dem Tonproblem hier eine leichte Entschuldigung, das wird gleich mit dem Rennen besser. Ich kann jetzt gerade jetzt nicht den Ton herum ändern. Stoß, du dich hört man gar nicht richtig. Du gehst im Motorengetöse, gehst so ein bisschen unter. Oh Mensch, das ist auch was. Ich möchte auch da gar nicht im Motorenbereich untergehen. Ja, keine Ahnung. Ah, und jetzt nochmal voll ins Meter, ich sag's dir. Jetzt rauf auf die Zielgerade, mal schauen, was noch rauskommt. Bin ein bisschen zurück, bin auf Platz 12 aber gelandet. Ach ja, meh. Ja, meh. Das kann ein Spaß werden, Leute. Auf diesem Streich trinke ich erstmal noch ein K.O. Cino. Ja, ob das gut war, weiß man jetzt nicht so, ne? Ja, die, weißt du, die Italiener, die haben ja auch so einen kleinen Akzent immer noch. Äh, nee, nicht Akzent, sondern Temperament. Bist du da wechseln. Auf der Straße, denke ich mal. Genauso wie beim Fußball oder weiß nicht was. Auf Fortzessen hast du gedrückt, ne? Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier in diesem Menü, also drück am besten gleich noch nicht auf Weiter drücken, damit ich möglichst viel Zeit habe, äh, um den Sound umzustellen. Komm schon. Komm schon. An dieser Stelle muss ich auch noch dazu sagen, dass sowas ja eigentlich relativ gut ist, ja? Da können wir wieder zurückkommen darauf, wie man ein Drehbuch schreibt. Und da ist es so, dass man am Anfang des Drehbuches immer den Hauptcharakter in der schwersten Lage seines Lebens darstellen soll, um dann möglichst gute Veränderungen im Film zu erzeugen, ja? Und meines Gütes herzlich willkommen zu Sturzios dramatischster Situation in seiner Let's Player Karriere. 24 in Italien mit einem Cappuccino. Herzlichen Glückwunsch. Ist ja komplett, äh, ne, das kennst du ja gar nicht so weit hinten normalerweise. Normalerweise ist man ja vorne dabei. Warte, das ist hier zu kompliziert, das umzustellen. Ich muss einmal raus aus dem Spiel, da hört man mich kurz nicht. Ah, die schießen schon an mir vorbei. Nein. Ah, keine Strafe, habe jemanden angeschubst. Hier hat sich jemand gedreht, aber konnte ich nix für. Gott. Oh, alles, riesen Stau hier, riesen Stau. Wuhu. Ich bin durchgekommen. Ich habe eine Strafe bekommen. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ich habe gar nix gemacht. In dem ganzen Stau habe ich, ey, ich habe, meine F***. Oh, ihr habt's richtig gecrashed. Wuhu. Was machen die in eine Strafe? Ihr habt schon eine Strafe und steckt im Kiesbett fest. Scheiße. Sie haben nichts gemacht. Boah, ey, das ist so ein Chaos. Was machen die denn nicht? Vielleicht bauen die so... Zweite Strafe. Wuhu. Was habe ich gemacht? Meine Güte. Das ist ein Schmarrn des höchsten Grades, sage ich euch. Okay, wir müssen noch mal neu. Boah, J***. Willkommen zum Santander vom Lions Grand Prix von Italien 2012. Obwohl wir schon 2013 haben, aber wir spielen ja auch die alte Saison. Willkommen in der Stocio zum Rennen. Was ist denn hier los eigentlich? Ja, das ist ein bisschen blöde, ne? Das Qualifying ist bei mir zum Beispiel weg, weil es kleine Probleme im Rennen gab. Aber, Dena, was ist da genau passiert? Ja, die erste Kurve ist hier natürlich eine ganz besondere. Da kommen 24 Autos beim Start und dann dreht sich da so ein KI-Auto und wir haben diesmal nichts damit zu tun gehabt. Aber die Auswirkungen, die mussten wir tragen, ne? Dann da zwei Strafen nach der ersten Kurve, dachten wir, das wollen wir euch auch nicht zumuten. Darum jetzt hier müssen wir nochmal zum äußersten Mittel greifen, dem Neustart, damit wir euch ein ordentliches Rennen bieten können. Und wir wollen ja auch selbst, wir wollen, weil das Strafensystem ist ja einfach ja manchmal echt einfach, da versteht man, das ist auch unlogisch. Und wir wollen hier ein ordentliches Rennen fahren. So, und deswegen machen wir es neu. Also, ich bewundere ja wirklich deine Redekunst, du hast das wirklich gut erklärt, also in irgendeiner Weise, ja, ich weiß nicht auf welche Art und Weise, vielleicht war es das soziopathische Grundgesetz, wurden wir jedenfalls mit einer Strafe belohnt bei den Aktionen, die wir hier so gemacht haben. Aber, meines Erachtens bin ich wirklich manchmal einfach nur so durchgefahren und habe sofort eine Strafe gekriegt. Unglaubliche Sache. Aber an dieser Stelle legen wir einfach mal los. Ich vom 24. Das ist wirklich einmalig, das habe ich noch nie geschafft, vom 24. zu starten, jetzt mal mit Überwohnung schon untertonen, aber ich bin der Meinung, dass wir es schon nach vorne schaffen. Also, wie ich es dir schon gesagt hatte, ordentlich früh bremsen, ordentlich früh bremsen ist hier das Credo und das Curse am besten erst danach der Chorwalt sozusagen verbrauchen. So, ich rolle hier an. Boah, ganz, 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 ganz. Mich hat von hinten einen angeschoben, dann bin ich vorne in einen reingekracht, aber es gab keine Strafe, aber es war trotzdem schon kacke. Oh, ich bin, glaube ich, zu langsam. 24, nee, geht gar nicht, ich bin gar nicht zu langsam, weil ich ja der Letzte war. Ja, eben. Da war ja gar keiner hinter mir mehr. Besser so und jetzt außen in der langen gestreckten Kurve, außen überholen, aber dann nicht zu spät bremsen, weil dann verlierst du alles, wenn du da noch zu spät bremst. Jetzt komme ich von innen. Da, bremsen, 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 bremsen. Oh, nein, 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 ich hab ihn auch gar nicht berührt, ich hab ihn auch gar nicht berührt. Oder war ich das auch gar nicht? Nein, das war ich auch gar nicht. Boah, krass, bei mir hat sich Petrov vorne gedreht und ich dachte, ich wär's den, der, also, der den berührt hat, ja, aber es war gar nicht, das war gar nicht ich, sondern das war irgendein anderer und Petrov hat sich gedreht und ich bin 17er schon vor mir. Die Rest da, Leute, ich zieh durch, wir schaffen es da vorne. Boah, 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 schuba, boah, boah. Boah, neben hier ist jetzt noch jemand, doch so ein Rostberg. Nein, 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 bitte keine Strafe, bitte keine Strafe, bitte keine Strafe bei mir. Jawollah, die Rest da ist auch abgezogen, ähm, ich hätte eigentlich eine Strafe kriegen müssen, hab ich aber nicht, jetzt auf der Graben trinke ich erstmal einen Schluck Cappuccino, oder? Ne, das ist doch nicht möglich. Boah, das ist ganz kurz, ja. Ich wollte doch so gerne meinen Cappuccino trinken, hier auf einer italienischen Straße. So, jetzt komm ich hinten aber wieder ein Stuberer, der mich zwischenzeitlich überholt hat, ran, im Windschatten. Okay, Entschuldigung. Und, und, warte, na, 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 komm ich vorbei oder nicht, jetzt kommt gleich der Bremsvorgang schon. Verbremst! Ein! Voll verbremst, weh, das gibt ne Strafe. Ne, keine Strafe. Ah, was für ein Manöver, was für ein Manöver! Und, 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 jetzt zieh einfach, zieh, zieh, Junge! Ach, Mist, ich bin ja auf dem Acker gar nicht, jetzt bin ich zwar 14. Das war eigentlich ein relativ gutes Manöver, ich hab sicher versucht zu veranstalten, aber ich will ein bisschen auf dem Acker kommen. Nicht so schlimm, 14. Mensch, das sind schon 10 Plätze. Ach, Mensch, das ist so aufregend. Wie gut gemacht hast, ne? Ich bin auf Position 7 und hab vor mir Großschau und Reichweite. Und jetzt 13. Ey, meine Güte, ich fahr so heikel, dass... Pass bloß auf, dass du nicht in diesen beiden Kurven ins Kiesbett außen kommst, dafür sind natürlich Monster hier brandgefährlich. Ja. Du weißt, welche Kurven ich meine, ne? Da ist brandgefährlich. Ja, ich bin gerade hier... Beine rein. Ja. Ich bin auch in der ersten Kurve passiert. Also, in der ersten Runde passiert da fast einmal rein zu fliegen. So, und jetzt will ich's doch machen. Ich trinke eine Runde des Cappuccino. So, und jetzt... Uuh, wundervoll. So, ich hab's geschafft, ey. Ich bin auch langsam im Rennrhythmus hier angekommen. Jetzt, jetzt wird hier mal ordentlich gefahren. Aber der ist, der Grosjean, der ist ein bisschen weg. Das heißt, und das Blöde ist, die haben... Jetzt werden die gleich alle DRS haben und ich halt nicht. Und dann werden die mir ein bisschen wegfahren. Weil, weißt du, wenn die da in der Kette von alle innerhalb einer Sekunde sind, dann haben die halt alle DRS und fahren alle weg. Und ohne DRS ist man halt ziemlich blöd dran. Ja, das hab ich immer an der Übungen erlebt. Also, ich hatte immer hinter mir welche, aber vor mir waren alle weg. Boah, schnellste Rennrunde! So, jetzt aber rechtzeitig anbremsen auf der Start- und Zielgrad. Man muss viel früher bremsen, als es angezeigt wird. Was schnellste Rennrunde, ne? Ja, natürlich! Selbstverständlich, Junge! Und ich bin jetzt auch nah hinter Grosjean dran. Okay, das heißt DRS wird doch kein Problem. Ist fertig bekommen, wenn ich keinen großen Bock missbaue. Ich überhole ihn vielleicht sogar noch, den Grosjean, der heute auf Platz 3 überraschenderweise gelandet ist. So, im echten Rennen. Ba, ba, ba! Jetzt hat er sich eingeklinkt bei mir. Boah, ich dachte, der dreht sich. Das wäre aber nicht mein Problem gewesen. Ist das dein neuer Sprung? Ba, ba, ba! Ba, ba! Juhu! Bisschen Abwechslung. Ja, bisschen Abwechslung, genau. Jetzt muss man das Ba, ba, ba analysieren. Oh, scheiße! Jetzt bin ich aber... Dadurch, dass ich ihn überholt habe, habe ich keinen DS bekommen, weil der Weber jetzt vor mir doch zu weit weg ist auf Platz 5. Okay. Ja, ich bekomme leider auch keinen DS, glaube ich. Oder bekomme ich das? Nein, ich bekomme es nicht. Das ist nicht gut. Ach! Aber hinter mir bekomme es doch. Du bist ja schon ziemlich nah dran, ne? Was für eine Position hast du? Ich bin momentan 13 da und eigentlich top zufrieden. Weil, was ich schon alles geleistet habe heute hier, da hätte ich schon nichts Strafen kriegen können. Aber es ist zum Glück diesmal alles gut gelaufen, ja. Ist ja schon öfters beim Sturz was schief gelaufen. Der Grosjean wird sich gleich schon mal so ein bisschen zeigen im Außenspiel, glaube ich, das Gefühl, na. Und das doofe ist, auf Start und Ziel gibt es wieder eine DS-Zone. Und die wird er vielleicht nutzen können. Jetzt habe ich einen kleinen Abstand herausgefahren, aber durch die DS wird er wahrscheinlich schnell dezimiert werden. Der hat jetzt die DS an, sein Flügel ist geöffnet und da kommt er angeflogen. Und da kommt er angeflogen. Aber der wird es nicht mehr vorbeikommen, bin ich mir sicher. Oh, die Bremse zu spät. Aber du bist ja 6er, das ist ja echt ein Ding, du. Boah, ich denke jedes Mal, ich bekomme hier eine Strafe, weil ich mich jetzt total verbremse. Aber die Ideallinie, auf die verlasse ich mich halt, ne, weißt du? Die ist, man muss früher bremsen. Ja, die ist echt falsch da. Du musst viel, viel früher bremsen. Und ich komme langsam an Maldado, äh, wie heißt das? Maldonado. Maldonado. Maldonado, da komme ich langsam ran. Sehr gut, so. Und jetzt hier rechts, links, jawohl, so. Aber ich kämpfe mich trotzdem langsam an Oberan, aber leider, glaube ich, werde ich, ich habe 1,6 Sekunden Rückstand. Das wird nicht reichen für der DS, leider, leider. Aber der wird die DS auf seinen Vordermann haben, was wiederum bedeutet, dass die noch weiter wegziehen. Ach, Mensch, 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 das läuft nicht gut in diesem Falle. Oh, ich hätte mich beinahe dreht, den. Oh, Mensch, der hätte mich aber trösten müssen, ey. Das hätte ich dann echt tun müssen, aber die Aufgabe ist schwer. Maldonado ist über die Berge bei den Siebenzwergen. Ach, nee, nee, oh, Mensch, jetzt zieht er vorbei an mir. Ach, das ist nicht schön. Maldonado zieht vorbei. Hm? Wer? Maldonado? Ich dachte, der war schon weg. Nee, Maldonado nicht. Ein anderer. Der Maldonado ist vor mir. Das heißt, er hat noch einen Platz verloren. Ja, wieder einen Platz verloren. Ich bin 14. Das ist nicht schön, ne? Aber geht noch, aber geht noch. Aber momentan ist das noch alles im stozypathischen Rahmen. Du bist ja auch auf den weißen Reifen, ne? Genau. Genau. Das ist ja Weichen. Nee, das sind harte, oder? Das sind die Weichen eigentlich. Das sind die Weichen. Und dann ziehen wir da noch die Grauen auf, glaube ich. Aber auf den hier können wir relativ lange bleiben. Bis, sag ich mal, Runde 8. Oder vielleicht sogar 9. Ich würde mal sogar fast sagen 9. Und in den letzten drei Runden, wenn die schon in Runde 6 stoppen sollten, derzeit machst du viel Zeit gut. Und die musst du dann halt nutzen, um da gute Runden halt zu fahren. Und dann kannst du nochmal durch den Boxen stoppen und mal ordentlich was rausholen. Das ist mir häufiger gelungen in den Trainings. Ja. Na, dann hoffen wir mal. Das Beste, wa? Jawohl. Ich bin jetzt auch hinter Weber schon. Jetzt bin ich dran. Also jetzt in dieser Runde bin 1,006 Sekunden hinter ihm beim letzten Messpunkt. Jetzt wahrscheinlich schon näher und jetzt ab ins Giesbett und gedreht. Nein! Und das? Wieso sagst du denn sowas? Ich habe mich auch gedreht. So ein Müll. So ein Müll. So ein großer, richtiger, löser Müll. Nein! Oh! Lena, das ist echt... Du hast dich gleichzeitig mit mir an der anderen Stelle gedreht. Ja, ich habe mich genau da, wo du am Ende gesagt hast, jetzt habe ich mich gedreht, habe ich angefangen mich auszudrehen. Das ist echt komisch. Ich glaube, da sollte man die stozopathische Grundformel einsetzen. Wenn du dich drehst, dann heißt das nichts Gutes für mich. Das heißt nicht mehr sagen, wenn man sich dreht am besten. Nur nach Ruhe. Genau. Oder BAH! Oder... BAM! 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 Oh, schade, schade. Ich war gerade auch eine Sekunde an Webber rangekommen. Hätte der DS-Gapten dann ein bisschen Übermut gehabt. Zu weit rausgekommen, ja. Und schon ist es passiert. Oh, ich habe glatt eine 10 Sekunde liegen lassen. Boah! Ja, ich hätte es auch mal mit... mit... Na, 10 Sekunden ganz vielleicht nicht. 6 Sekunden aber locker. So, jetzt aber Anfall auf Schikane. Diesmal ordentlich gebremst und trotzdem direkt neben Rossberg gekommen. Und der drängt mich raus aus Kiesberg. Dankeschön! Ah! Ah! Dankeschön! Du hast ihn gedreht! Okay, ich bin momentan auf der Geraden. Da kann nichts passieren. Deswegen habe ich es vermieden. Ne, ich habe mich nicht ganz gedreht, aber er hat mich ins Kiesberg rausgedrängt. Dadurch habe ich richtig viel Zeit verloren, bin ich noch 10, ja. Ja, toll! Mann, oh! Ah! 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 Meine Güte! Oh Gott! Why… Warum denn? Oh retransch! Mann! Da kommt aber jetzt Wasser. Ich muss einfach positiv denken. Ja, positiv denken. Ja, nicht. Oh nein, auch Mann! Schon wieder ins Kiesbett! schon wieder. Und auch nur so ganz leicht, aber es hat Zeit gekostet. Was hast du gesagt? Deners Leidenschaft ist raus aus dem Kiesbett und dann ein bisschen Picknick machen. Richtig, Picknick machen, so wird's. Weißt du, was das nächste Rennen ist übrigens? Ja, ich weiß, wo das ist. Und zwar? Da kriege ich wieder richtig viel Geld, Werbung und so. Richtig, da kannst du wieder ordentlich Prolac-Placement für Singtel machen. Genau! In der Zeit, da wirst du, was jetzt gemeint ist. Ja, dafür muss man schon die letzte Saison verbeugt haben, um das zu verstehen.